Hoi. Hoi zusammen. Ciao. Hello. Allegra. Hallo. Salut. Wir sind die Operation Libro, die neue politische Bewegung der Schweiz. Nicht mehr ganz neu, zwar immer noch fresh. Wir stehen für eine offene und fortschrittliche, für eine gerechte und liberale Gesellschaft, wo sich jeder Mensch frei entfalten kann und gleich an Würde und Recht ist. Wir schätzen uns ein für den Erhalt der liberalen Demokratie in der Schweiz, in Europa und weltweit. Wir stehen ein für freiheitliche Wunderschaften. Wenn wir denken, dass sie gefördert sind, schritten wir ein. Wenn wir sie verbessern können, schritten wir voran. Das machen wir schon seit 2014. Aber jetzt brauchen wir deine Hilfe, damit wir das auch weiterhin machen können. Und es noch besser machen können als vorher. Wir brauchen 500'000 Franken in drei Monaten. Die Schweiz ist eine andere als vor sechs Jahren. Die Welle von rechtspopulistischen Initiativen ist gebremst worden. Die SVP hat die Kurshoheit verloren. Die Politlandschaft ist fortschrittlicher geworden. Wir stehen an den Übergang zu einer neuen Ära. Man hat ganz viel erreicht, aber jetzt ist die Zeit, um noch stärker gestalten zu können und weniger abzuwehren. Die wichtigsten Themen wären Europa, Bürgerrecht und Digitalisierung. Und zwar, weil sie sowohl für die individuellen Freiheiten als auch für die Weiterentwicklung von freiheitlichen Institutionen vor zentraler Bedeutung sind. Für das wollen wir unsere Bewegung ausbauen und wachsen. Wir wollen kampagnenfähig bleiben und gestalterischer werden. Nous sommes prêts. Wir sind bereit. Jetzt brauchen wir dich. Und wir stützen zu uns. Und hilf mit, dass die Operation Libro auch noch in Zukunft gibt. Bedeutung Bis zum nächsten Mal.